Weil die Sache ist ja auch die, and that's really the thing, well, the kind thing actually. Zu erkennen, dass wir alle haben ja unser eigenes Ding, we all have our own thing. But it's not really a thing, it's ja wirklich kein Ding, weil es ist ja ein Ding. Das ist ja eigentlich die menschliche Erfahrung, that's the human experience. And how out of this we create our own world, wie daraus wir unsere eigene Welt erschaffen. Aber wie wir uns darüber nicht bewusst sind, you know, we're not really aware of that. Because we're driven, weil wir angetrieben sind, always going forward. Und wir wurden so eine Art Maschinen, we became these kind of machines. Und wir gehen durch die Welt, we go through life. Und wir produzieren und wir konsumieren, we produce and we consume. And more and more, and faster and faster. Schneller und schneller und immer mehr. Und für uns, wir suchen nach etwas. I mean, for us, we look for something. This thing. Wir suchen nach diesem Ding. Which really isn't a thing. Was ja eigentlich wirklich kein Ding ist. Außerhalb von uns. Außerhalb von uns. Be it God, or freedom, or happiness, love. Sei es Gott oder Freiheit. Freude, Liebe. Das ist ja kein Ding. Die sind ja keine Dinge. Die man außerhalb von uns findet. These are not things which you can find outside of yourself. Aber, ja, das sind ja Eigenschaften. Das sind ja Eigenschaften, die uns dazu zum Menschen machen. Das sind diese human qualities that make us human. Um das wirklich zu erkennen, zu entwickeln, in order to recognize that and to develop that really, ist es auch sehr wichtig, unsere Schattenseite zu erkennen. Ja, to develop that, it's also important, very important to recognize our shadow side. Das andere Ich. The other me. Ja, das ist dieser Zwiespalt. That's the division. That's the separation. Also in us. Da fängt es ja wirklich an. That's where it starts, because that separation is in us. And we see that. And we grow up with that, which is fear-based. Wir wachsen dann auf mit dem, was von der Angst kommt. Wir lernen davon. Unsere Welt ist gefüllt davon. Und dadurch kommt das Böse. And our world is filled with that. And we see it everywhere. And the media, also the church tells us the message, you shall obey, you need to obey your God. You need to submit yourself to this power outside of us, your authority, your government. Du musst dich dem unterwerfen, der Kraft außerhalb von uns, der Autorität, der Kirche. Wir lernen das und wir lernen dadurch die Angst. Kinder kennen das ja nicht. Die sind ja völlig unbefangen. Die sind ja frei. Die sind ja nur Liebe. Children don't know that because they're free. They're uninhibited. You know, they are love. Aber wir lernen das dann ja oder wir verlernen das dann ja. But then we learn that or we unlearn that as we become part of the world. We become part of the sins of the world, so to speak. Und wir verlernen das ja und wir werden dann Teil von der Sünde, sozusagen. Oder der Lüge in der Welt. The sins of the world, the lies of the world we all become part of. Das ist ja in uns selber. That's really that element in us. Die zwei Seiten, the duality, the two sides, the love and the light, die Liebe und die Angst, das Gute und das Böse, the good and the bad, that exists in each and every one of us. That's why it exists in the world. But we have become part of the cycle. Wir sind da von diesem Kreislauf teilgekommen und das war ja schon immer so. It always was this way, this cycle that repeats itself. The theme of human history, das Thema, ist das Thema. Und das ist auch für uns selber, das zu erkennen, das Thema in unserem eigenen Leben. It's all so fast to recognize. The theme in our own life, we all have that. You know, we all are, well, tainted to a certain degree. Wir alle sind da verschmutzt. Unsere Seele ist verschmutzt. Aber wir wurden Teil von diesem, ja, dieser sündhaften Welt, die wir alle dienen, dem System, dem wir dienen. We all became part of this world, of the sinful world, of the system we serve. But we are not that. We are here to recognize that. Dass wir das nicht sind. Wir sind hier, das zu erkennen, was wir wirklich sind. Unsere wirkliche Natur zu erkennen. To really recognize our real nature. We are here to recognize that. And it's for this to set ourselves free. To set each other free. Dadurch wirklich uns selber freizusetzen. Einander freizusetzen. Indem wir wirklich unsere Natur erkennen. Und dann... Vielen Dank.